Ja, ihr seht richtig, also hier zweimal Lavoieck 18 Jahre. Er ist jetzt ja gerade neu erschienen. Die 2024er-Version habe ich hier. Und viele Jahre gab es ihn nicht. Davor müsste wirklich diese Abfüllung gewesen sein. Anhand des Bottle-Codes konnte ich es leider nicht rausfinden. Ich glaube 2013, 2014. Mal schauen, wie sich der 18-Jährige so entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky-Turn-Table. Ich habe das auch nur so am Rande mitbekommen. Und da dachte ich, hey, ich habe schon so viel dieses Jahr probiert. Alt gegen neu. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es dann immer veröffentlicht habe. Deshalb, nee, ich sage nicht zu viel. So ein paar Bruchleddys, ein paar Glendronachs, Glenfarkles und, und, und. Da dachte ich, da können wir doch jetzt auch mal ran, oder? Wie gesagt, das ist diese alte Abfüllung. Ich hatte so eine selber. Da hieß es damals schon, ach, den 18er aus der komplett weißen Tube. Ach, davor der grüne oder halbgrüne. Der war ja besser. Davor nochmal natürlich die Legende schlechthin, der Lafroix, 15 Jahre. Der war komplett in der grünen Dose. Aber, nun gut, heute werden wir eben mal sehen, was sozusagen, letzter Step. Haben sie wirklich nur noch Schrott abgefüllt damals, 2013, 2014? Oder ist dieser Schrott immer noch besser als das, was sie heute abfüllen? Boah, knallhart hier. Nein, aber wenn ihr jetzt sagt, Peter, du meckerst ja eh immer nur. Bist so eine alte Jammertrine. Nee, weil in diesem Whisky gibt es jede Menge zu meckern. Aber eine total coole Sache zeige ich euch jetzt hier mit der Farbe. Zeige ich die mal da. Ich weiß es nicht. Er ist nicht gefärbt. Und das kann ich anhand dieser Fotos auch komplett nachvollziehen. Denn die alte Variante ist gefärbt. Steht groß drauf. Hier steht es nicht drauf. Und ich habe so einen Teil der Presse mit Mitteilung auf Whisky Experts gelesen. Und da steht es auch dabei, dass ja die neue Version nicht gefärbt ist. Also ich weiß nicht, wie irgendwie, was da passiert ist. Dem muss irgendwie der Himmel auf den Kopf gefallen sein. Beim Teutates. Irgendwie sind sie auf diesen Trichter gekommen. Wir färben mal nicht. Total verrückt. Finde ich gut. Also das muss ich echt anmerken. Für alle, die sagen, Peter, du meckerst nur. Nein, das ist total cool, Lafroig ungefähr hier stehen zu haben. Ohne jetzt, dass es von unabhängigen Abfüller ist. Weil da sind sie immer schweineteuer. Entschuldigung. Gut. Jetzt können wir ja so etwas von den guten Sachen zu den diskussionswürdigen Sachen kommen. Ich nehme mal meinen Zettel. Die 2024er Version stand von vor ein paar Stunden Suchmaschine ab 175 Euro. Wie gesagt, den hier habe ich aus den Tiefen von euch meinen Fans zugespült bekommen. Aber ich hatte diese Abfüllung. Und sie hatte damals, ich habe es nachgeschaut, ich habe damals ein paar Sachen dokumentiert, 59 Euro bezahlt. Also zwei Flaschen wären wir dann bei 118 Euro. Drei Flaschen hiervon. Also die Preissteigerung im Allgemeinen war auf jeden Fall zum Glück nicht ganz so wild als bei den zwei Pullen. Deshalb kann man dazu, wie gesagt, leider Gottes nichts mehr sagen. Aber ich trenne einfach mal Preis und Geschmack, wenn ich gleich probiere. Ich versuche es auf jeden Fall. Er hier hat diesen schicken Namen bekommen. Seht ihr gleich, wenn ich es einblende, auf Englisch steht es drauf. Der Vornehme. Ja, gut, mit 18 Jahren wird selbst einer Frag vornehmen. So, äh. Was habe ich denn? Genau, nicht gefärbt habe ich es nochmal. Ich meine, nicht kühl gefiltert war er hier auch schon, ist er auch. 48 Volumenprozente haben sie auch beide. Genau die gleiche Machart. Also das finde ich ja auch so, muss ich wirklich sagen, jetzt irgendwie schön. Sie haben es genau gleich einfach behalten. Damals war es schon immer eine reine Expertenreifung. Oder ich will nicht sagen immer, aber auf jeden Fall die letzten Jahre, die ich miterleben durfte. Und die aktuelle ist es auch. Und nicht irgendwie, ja, wir haben den wieder neu zum Leben erweckt, aber wir benutzen ganz andere Fässer. Oder irgendwie so ein Tutti. Also von daher, das finde ich gut. Gut, ich hatte den 18er damals, wie gesagt, in der Flasche. Ich habe jetzt nicht mehr ganz so viele Erinnerungen. Wie gesagt, LaFroik immer gerne, 10-jährige Fassstärke, immer eine Bank. Da gibt es mal welche, die sind hervorragend und manche sind nur gut. Sonst, ich hatte so viele gute LaFroiks, aber aktuell. Ja, wie gesagt, die 10-jährige Fassstärke, die finde ich total super. Und dann hatte ich diverse Abfüllungen, findet ihr auf meinem Kanal von früher, ältere. 21er hatten die mal, auch schon damals sindhaft teuer. Super cooles Teil. Ich glaube dann auch nochmal ein 15er, der schmeckte gut. Ein 16er, also eigentlich hat das immer gepasst. So, legen wir mal los. Quatschen wir uns nicht tot. So, die Frage ist ja wirklich, warum haben, oder was heißt, haben sie ihn eingestellt, weil kein Absatz mehr da war? Keine Nachfrage, glaube ich nicht. Haben sie ihn eingestellt, weil sie gar keine Fässer mehr hatten? Also gar keine, glaube ich, auch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach geplant haben, hey, bevor der 18 Jahre alt wird, dann wir ihn für 59 Euro oder 69, 79 am Ende an den Endverbraucher verkaufen können. Lass uns doch damit aufhören. Und wir machen diese Whiskys ohne Altersangabe, weil dann können wir irgendwie fünfmal ein Whisky in der Zeit produzieren. Fünfmal nicht, aber schon ziemlich häufig. Und dann jung verkaufen für höhere Preise. Daran, also an so eine Art der Entscheidungsfindung, glaube ich eher. So, jetzt haben sie wohl so fleißig produziert. Ich weiß nicht, viele Brennereien haben hier ausgebaut. Ich weiß nicht, wie es bei LaFroik war. Jetzt können sie wieder ein 18er. Und zu diesen Preisen wird er auf jeden Fall nicht weggehypt werden. So. Ich blende den Preis aus. Ich schwelge gerade. LaFroik 10 Jahre, Faschstärke. Herrlich. Aber hier habe ich diesen Rauch. Einfach ein Eilerrauch, der in Würde altern darf. Das ist eine ganz schöne Sache in der heutigen Zeit, wo man alte Eilermolds eben nicht so oft bekommt. Wäre die Marktsituation anders und wir würden davon totgeschmissen, würden wir sehr wahrscheinlich sagen, Mensch, gib uns doch mal einen Jungen. Aber es ist leider so, wie es ist. Und einen alten Eilerrauch riecht man nicht so oft. Und deshalb freue ich mich. Und es spricht mich auch an. Wie haben sie ihn genannt? Den vornehmen. Ja, also bin ich dabei. Dieser Marketingmensch. Den ersten, den ich wirklich respektieren würde. Gut auf den Punkt gebracht. Und ein Eilermold kann so einfach sein. Ich habe diesen in Würde gereiften Rauch. Er ist nicht mehr so komplett Medizinschrank, Apotheke oder manche sagen ja auch Terig. Was man bei LaFroik schon so hört. Sie machen ja ihre Werbung, ziehen sie ja extra darauf ab. So entweder liebt man ihn oder man hasst ihn. Und wenn du ihn hasst, dann hast du es nicht verstanden. So sinngemäß. Und der Rauch, der muss derbe sein und muss knallen. Und hier tut er das nicht. Dazu habe ich dann so einen Hauch, oder habe ich eine schöne Vanille. Ebenbürtig so, ich denke mal so 60% ist raus. Mit einer einfachen, herrlichen Eilersüße. Punkt. Whisky kann so einfach sein. Ja, da schwebt ein bisschen amerikanische Eiche im Hintergrund. Das ist auch nicht alles First-Fill. Also hundertprozentig. Ich meine, die Farbe ist schon eine schöne. Also wir haben wesentlich hellere, umgefärbte Eilermolz. Wissen wir alle. Aber das wird nicht alles First-Fill sein. Er hat schon mehr Tiefgang. Und ich werde ihn auch die nächsten Tage noch erforschen. Also davon behalte ich mir auf jeden Fall etwas mehr. Bevor ich ihn mit meinen liebsten teile. Leichte Citrusnote kommt durch. Klar, logisch irgendwie. Aber nicht so penetrant, WC-steinmäßig, wie es andere junge Eilermolz oft machen. Sondern so dezent jetzt im Hintergrund sozusagen. Ein Lafrock ist nicht speckig. Aber da diese Medizinnote sich so weit abgebaut hat, wird es eben so ein bisschen lagerfeuermäßig. Kalte Asche. Die Süße immer dabei. Die da reinströmende Vanille mit so leichten, ein bisschen Muskat, würde ich behaupten. Vielleicht aus der amerikanischen Eiche. Durch die süße, irgendwo gerne schöne Birne. Also das ist wirklich im Hintergrund jetzt. Das ist wirklich sehr weit im Hintergrund. Artbeck kann ja immer solche Beschreibungen raushauen, ohne rot dabei zu werden. Irgendwie so eine gegrillte Birne. Die sagen das einfach und jeder denkt, boah, ich muss echt mal anders grillen. Nicht nur meine Bratwurst. Das gefällt mir. Also ich kann das nicht leugnen. Ich hätte mir hier so vieles hinstellen können. Ich weiß auch nicht, ob das gleich ausmacht. Aber ich dachte, hey, das ist doch ein Grund, den auch mal aufzumachen. Oder was heißt, hey, auch mal aufzumachen. Wenn ich ihn schon angeboten bekomme, dann mache ich den gerne auf. Worauf ich hinaus wollte, ich hätte ja auch, oder früher gab es die Ben Brackings ja auch in Älter. Gibt es, glaube ich, aktuell nicht. So ein jetzt daneben würde mich mal reizen. Ältere Artbecks ja schon häufiger probiert, diese 20-something-Dinger, die... Was sind sie denn dann immer? Die 19-Jährigen. Oh, den hätte ich mir dazustellen können. Aber der hat dann noch mal ein paar Umdrehungen mehr. Weiß ich jetzt nicht. Aber wir feiern ihn hier heute einzeln vom Geschmack und dass es ihn gibt. Ungefärbt. Dann gucken wir mal, was wir vielleicht nächstes Jahr, wenn es ein neues Badge gibt oder so, was wir da probieren können. Das ist einfach. Wenn ich jetzt zu sehr schwärme und ihr noch nie einen alten Eilermold habt und kauft euch dann jetzt für so viel teuer Geld das, dann denkt ihr... Ihr könntet eventuell denken, hey, der ist doch gar nicht so viel anders. Und das wird es ja wahrscheinlich auch nur so ein ganz kleiner Grad sein, wenn ich jetzt wirklich 100% Whisky nehme. Der Unterschied zum 10-Jährigen, aber er ist so ruhig. Er ist so vom Rauch so schön oxidiert. Er hat ein, das lieb ich mittlerweile, ja, nach so viel auch komischen europäischen gepimpten Sherryfässern. Diese einfache amerikanische Eiche, die garantiert schon mal länger Bourbon beinhaltet hat, da nach Schottland gegangen ist, auch schon vielleicht das eine oder andere Fass aus dem Wettingen häufiger benutzt wurde. Also einfach elegant lässt den Eiler-Charakter da stehen. Und ja, das ist mein Ding. Also das feiere ich gerade ab und ich habe gar keine Eiler-Lieblingsbrennerei, muss ich so gestehen. Ich mag Kill Homan, das wisst ihr. Ich feiere aber auch die großen Brennereien von dem bösen Großkonzern. Es ist einfach, also es berührt mein Herz. Nein, aber, also ich bin gleich gespannt, wenn ich den nehme. Aber das hier holt mich komplett ab. Wie gesagt, über den Preis können wir unten drunter herzlich streiten. Aber wo kriege ich das hier denn? Und wenn ich es haben will, habe ich nicht die Wahl. Ich kann nicht aufs Festland gehen. Es funktioniert nicht. Und dann kommt doch so ein leichter Schwalb, vielleicht jetzt, wo ich ihn im Rachen auch habe, Medizinschrank durch, aber schon gut durchgelüftet. Steht schon länger offen. Ich finde die Einfachheit hier recht auch ansprechend. Vielleicht haben sie es verpennt oder ich habe es noch nicht gemerkt. Artbag, 19 Jahre. Da muss ein Hype raus. Da müssen unterschiedliche Badges her. Jedes Jahr ein neues, dass die Lämmer ja zur Tränke gehen und die neue Abfüllung kaufen. Hier, da ist nichts mit Badges, soweit wie ich das gesehen habe. Den gibt es jetzt einfach wieder. Deshalb, das fiel mir gerade beim Sprechen auf. Ich habe ja kein Skript. Ich kann den nächstes Jahr natürlich probieren, muss dann aber in irgendeinem Bottlecode feststellen. Also der ist drauf, der Bottlecode, aber der von LaFrag verrät mir persönlich nicht so viel. Ich weiß nicht, wann welche Abfüllung dann abgefüllt wurde, bis auf jetzt hier die erste sehr wahrscheinlich. Ja, leider haben sie jetzt nicht mehr die Tube. Die Tuben fand ich immer einfach schlicht und elegant. Hier jetzt so ein Karton, der künstlich breit gemacht wurde. Muss er gar nicht. Eigentlich muss der Karton nur so breit sein. Links und rechts einfach hohl gelassen, damit er nach mehr aussieht. Das hat so ein LaFrag doch nicht nötig. Ihr habt doch schon gelernt, der muss auch nicht gefärbt sein, damit er gekauft wird. Gerade wenn ich ihn in einer grünen Flasche verkaufe. Dann ist er verkauft, die Leute machen ihn auf und finden ihn sehr wahrscheinlich recht ansprechend. Also daran könnte ich wirklich dieses Klischee. Ich setze mich abends hin, schenke mir ein Dram ein, vielleicht noch einen zweiten. Und das ist mein Abend. Ja, das funktioniert ja mit. Ich feiere den gerade ab und hol das ein bisschen runter. Das ist jetzt nicht der beste Isla Whisky der Welt, von der Welt, den ich getrunken habe. Auch nicht mein bester LaFrag, behaupte ich mal. Aber das ist einfach das, was mir doch jetzt eine gewisse Zeit gefehlt hat. Wo es immer nur diese Ohne Altersangabe gab oder eben maximal zehn Jahre. Das hier ist elegant. Und einen Punkt muss ich jetzt ansprechen. Der hat ja, ich prüfe das nochmal, ich habe den noch gar nicht rausgeholt. Ist das denn hier? Da geht es schon los, dann hat er so einen blöden Speerding da drin, damit die Pulle nicht die Verpackung kaputt haut. Der hat 48 Volumenprozente. Damit schmeckt der so klasse. Ich hatte ja vorhin schon Whisky vor ein paar Stunden. 45 Volumenprozente. Keine Verstärke oder so. Danach geht sowas ja immer besonders gut runter. Das kennt ihr auch. Aber ich hatte gerade mal vorhin 45 Volumenprozente. 48 Träumchen. Hier die Flasche. Dann gucken wir mal. Auch so ein Unterschied. Hier gab es früher noch diese Karte. Da konnte man dann hier, damit war irgend so ein Code drin und da konnte man Mitglied werden. Heute ist das, glaube ich, bei dem hier auf dem Karton hinten oder auf der Pulle. Und ich muss das eben einscannen mit meinem Handy. Ja, so ändern sich die Zeiten. Hier die Pulle noch mit der grünen Banderole oben und dann dem weißen Plastikdeckel. Mittlerweile haben sie dann doch in einfache Holzkorken investiert, also die oben aus Holz bestehen. So, die Dose tun wir auch mal weg. Wenn man es sich nicht so gut mit LaFroik auskennt, also dann tut man sich echt schwer, einen Unterschied zu merken. Das spricht mir eben auch an. Irgendjemand von euch, ich glaube, ich hatte gar keine Zeit zu antworten, hat mir geschrieben, zu meinen Glendronach-Vergleichen, Hey, Glendronach hat jetzt auch noch die Etiketten geändert. Dies ist jetzt total schrecklich. Und ja, ich habe es mir angeguckt. Das ist für jemanden, der die Glendronach-Flaschen jetzt lange kannte und sich über, weiß ich nicht, 15 Jahre daran gewöhnt hatte, ein Frevel. Und hier LaFroik, das finde ich gut, muss ich sagen. Sieht einfach aus wie ein LaFroik, etwas moderner. Alles klasse. Gut, jetzt kommen wir zur alten Abfüllung. Ich kann euch noch sagen, hier hinten, ich habe wirklich lange recherchiert, ich habe bei Krüger Whisky-Auktionen gefunden. Das steht hier auf dem Etikett drauf. Das Ding hat kein Bottle-Code, auf jeden Fall nicht für mich lesbar mit bloßem Auge vor einer Lampe. Hier habe ich 2844S. Das hat selbst Krüger bei manchen Auktionen angegeben, dass das sozusagen der Bottle-Etiketten-Code wäre. So, wenn ihr wüsst, von wann die ist, also wie gesagt, gekauft habe ich sie wirklich zu einer Zeit. Ich muss wirklich zugeben, gekauft habe ich die. Mein Gott, ich habe damals meine gekauft. Die war genau diese Variante, weiße Dose. Die habe ich gekauft, als es hieß, es gibt die nicht mehr. Muss ich zugeben, da habe ich den gekauft und wollte noch unbedingt probieren. Und das ist genau die gleiche Auflage. Ich habe diese, ich habe so alte Flaschen, habe ich in einer Art Whisky-Archiv bei mir in der Ecke stehen, auch für meine Videos, wenn ich die brauche. Ich sage jetzt mal so, ein Lager Bullen 16 kriege ich immer wieder irgendwo her von ganz vielen Bekannten. Aber solche Flaschen habe ich mir dann aufgehoben, wenn ich sie doch nochmal irgendwo fürs Video brauchte. Das ist jetzt, wie gesagt, die frisch geöffnete. So, und da war genau dieselbe Etikettnummer drauf. Auf diesen Punkt wollte ich hinaus dieses 2844S. So, da hatte ich es mir auch aufgeschrieben. So, der ist jetzt gefärbt. Die Färbung, ich habe es ja eingeblendet, ist ja nur so ein minimaler Unterschied. Aber da sieht es aber so, man weiß, Ex-Bourbon-Reifung. Und das tat immer so weh, so etwas dann trinken zu müssen. Wie beim 10-Jährigen in Faschstärke. Der sah immer, naja, verboten aus. Der Rauch ist noch weiter oxidiert. Ich meine, der war jetzt auch 10 Jahre in der Pulle. Hier ist er etwas frischer, etwas Citrus. Diese Citrusnote kommt sofort durch. Er hier hat gleich viel Vanille wie der andere. Aber hier kommt noch eine Karamellnote, finde ich, besser durch. Und der Rauch ist noch mal einen Tacken dezenter und etwas wärmer. Beziehungsweise ist es bei der neuen Version, die ist etwas frischer. Aber sie sind schon sehr dicht zusammen. Also ich will jetzt hier nicht irgendwelche Riesenunterschiede vom Zaun brechen, die es vielleicht gar nicht gibt. Gab es denn da was bei LaFroix? Schreibt es mir bitte unten drunter. Bei Artbeck gab es ja irgendwann, dass sie dann eben nicht mehr auf ihren eigenen Boden gemälzt haben und, und, und. Und dann hat sich ja der Rauch geändert. Dann wurden Brennblasen getauscht und, und, und. Wie war das bei LaFroix? Könnte hier was sein? Sagt es mir. Ich weiß sowas wirklich nicht. So kommen sie sich sehr, sehr ähnlich vor. Vom Old Bottled-Effekt will ich bei so einer Pulle, die jetzt irgendwie zehn Jahre alt ist, jetzt nicht so sprechen. Also ich davon, dafür habe ich schon mittlerweile genug getrunken. Also da muss es dann doch eher irgendwo Richtung 20 Jahre, 25 Jahre verschlossen in der Ecke stehen gelassen gehen. Finde ich, so sind meine Eindrücke. Ich habe etwas weniger Holz. Also das nehme ich gerade gar nicht so wahr. Ach, dieser Rauch ist noch, noch mehr oxidiert, ist noch weniger Medizinschrank, um es einfach mal runterzubrechen. Das ist so das Erste, was mir auffällt, plus etwas mehr Karamell. Oh, mehr Würze. Ganz blöd gesagt, hier sticht kein Alkohol. Aber ich registriere etwas mehr Alkohol, der zusammen sich mit der Holzwürze ausbreitet. Jetzt beim Abgang, ein längerer Abgang. Warme, schöne, süße Noten. Ich sage jetzt nicht, früher war alles besser als heute. Ich sage einfach nur Batch-Unterschiede. Ich habe es schon bei so vielen Abfüllungen erlebt. Falls da was in der Produktion sich geändert hat, schreibt es mit runter. Aber das schmeckt sehr gut. Auch wenn es gefärbt ist. Und jetzt kommen wir ja wieder zu diesem Punkt. Ein Fanat, oder manche Fanatiker von uns Whisky-Nerds würden diesen Whisky jetzt ja nicht trinken. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. So sind die Blickwinkel und Einstellungen eben unterschiedlich. Und ich akzeptiere das auch, um Gottes Willen. Aber ich bin gerade, also ich muss gerade daran denken, wenn jetzt jemand gesagt hätte, oder wenn ich gesagt hätte, nee, den probiere ich aus Prinzip nicht, weil er gefärbt ist. Nee. Ich habe es nun immer nicht verstanden. Die haben nicht kühl gefiltert, aber trotzdem gefärbt. Also, das tut auch irgendwie schon so weh. Er ist etwas wärmer. Frühlingsmorgen, Sommermorgen. Ich weiß nicht, ich habe tolle... Ich gebe wohl richtig was an die Hand, denn damit könnt ihr was anfangen. Und wenn ihr dann über euren Abend den zweiten Dram hattet und bei so einem alten Eiler-Malt merkt, dass das Ganze so eine Gesamtkomposition ist und der Rauch eigentlich nicht mehr so alleine dasteht. Das tat er schon von Anfang an hier nicht. Aber dann so fast komplett in dem Malt aufgeht, das finde ich so herrlich. Das ist dieses Einfache, wo man manchmal so superkomplexe Malt hat und dann denkt, ey, je komplexer, desto besser. Und dann wird man mal wieder geerdet. Ja, ich habe nicht gespült danach, aber ich mache das mittlerweile extra dann schon nicht mehr, damit ich den anderen eben noch habe. Wie gesagt, er kommt mir etwas stärker vor, auch wenn es sich verrückt anhört. Also, er hat mehr Holzwürze, definitiv. Und jetzt spüle ich wieder nicht, weil ich zu ihm zurückgehe. Und etwas mehr Vanille. Dadurch Karamell. Dadurch, dieses Karamell ist ja eh süß, geht aber diese Einzelstellung, die ich eben hatte, Vanille und Süße, geht hier so etwas auf in Vanille und Karamell und die Süße steht nicht mehr alleine da. Der ist medizinischer. Da kommt Jod durch. Aber ich denke, zum aktuellen jungen Lafrog ist das schon sehr, sehr weit abgebaut. Ja, Frühlingsmorgen noch ein bisschen frisch. Etwas medizinischer. Diese Süße gewinnt irgendwie so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, wie ich gerade sagte. Die Vanille unter Marz und die Süße steht alleine da. Da habe ich Karamell. Etwas weniger Holz. Genug da. Altes, amerikanisches Holz. Lässt aber auch da diese Süße und den Rauch etwas mehr so im Peak rauskommen. Hier wird es dann vom Holz eingeholt beim Abgang. Und ich habe es mit dabei. Das sind jetzt Nuancen oder das ist in dem Sinne dieser Punkt, wo ich gar nicht sagen will, ich nehme dieses Badge oder jenes, sondern ich bin froh, dass ich beide habe. Also jetzt nur sinnbildlich gesprochen. Da jetzt, natürlich kann ich irgendwo sagen, das spricht meine Geschmackscharakteristik etwas mehr an als bei dem. Aber, wie gesagt, ich kann echt nicht sagen, früher war alles besser. Und wenn die Leute recht hatten, was ich damals noch als relativ junger Jungspund gehört habe, die weiße Abfüllung, die brauchst du nicht nehmen. Die anderen waren früher viel besser. Wenn ihr, es sind ja so viele da draußen, die noch viele Jahrzehnte länger Whisky trinken als ich. Was war da an den Älteren besser? Gab es vielleicht noch eine andere Fasszusammensetzung? Oder was war der Grund? Würde mich echt interessieren. Ja, generell bin ich froh, dass ich dieses Testing hier machen konnte. Nein, es ist einfach schön. Also das ist genau das, warum ich das mache. Solche Abfüllungen zu probieren, zu genießen. Auch vielleicht habe ich damals die Kamera angestellt, vielleicht nur unterbewusst, es war jetzt nicht wirklich ein Punkt, der auf meiner Liste stand, um einfach noch etwas genauer zu schmecken. Weil ich mir dann eben für die Kamera und im Prinzip für euch, die dahinter sitzen, Mühe gebe. Und noch mal so ein wenig mehr meine grauen Zellen anstrenge. Naja, aber das ist eines dieser Videos. Ich werde bestimmt zum Jahresende wieder irgendein Top-10-Video machen und es fällt mir schwer, so einen Whisky dann zu ziehen. Letztes Mal habe ich es ja auch vom Preis beschränkt. Aber wenn man auf den Euro nicht achten muss und Lafroic generell mag, aber weil man erst seit 5, 6 Jahren Whisky trinkt, noch keinen älteren Lafroic hatte und euer Herz sagt eigentlich auch, ich möchte ihn haben, dann holt ihn euch. Und für alle anderen, die sagen, der Preis ist viel zu teuer, ja, sehe ich auch so. Wie gesagt, ich werde die Flasche mit meinen liebsten teilen und von daher, ich kaufe mir so eine teure Flasche für meine Bar auch nicht, aber es ist schön, sie probieren zu dürfen. Unabhängig, will ich nochmal ganz klar betonen, ohne irgendwie da vom Großkonzern dazu genötigt zu werden oder sowas. Aber das ist gut und ungefähr, das gefällt mir. Also nochmal, ein positiver Punkt, den Peter genannt hat. Nicht, dass das wieder irgendwie falsch ausgelegt wird. Okay. Falls ihr ihn hattet oder auch ältere oder noch ältere, wie ich gerade schon sagte, schreibt mir bitte unten drunter, würde mich echt interessieren, was ihr davon haltet. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.